Ich würde nur gerne einfach ein paar Äther kraufen. Weil ich würde ein Bett beziehen, kann ich ja einfach nicht benutzen. Ja genau. Na dann, besiegen wir mal das mächtigste Ding überhaupt. Das heißt doch für mich, dass ich echt schon kurz vorm Ende bin. Denn das ist jetzt so ein Titel, dass ich das Ding trotzdem besiegen kann. Das soll ja noch viel mächtigeres kommen eigentlich im Spiel. Kanonisch gesehen. Wir haben leider nicht mal selbst eine Äon zum Beschwören. Bestia meine ich. Daher die deutsche Übersetzung... Oh, war jetzt kaputt. Der japanischen Dichter dran ist. Bitte aber auch Bestia. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Wohl auch die richtige Übersetzung sei doch nicht Äon. Wobei ich nicht weiß. Ob in Teil 9 die Dinge auch Äon geworden sind. Im Englischen oder der Bestia. Keine Ahnung. Na? Oh, der Bestia. Eigentlich doch sehr deutsch klingt. Von der Bestia her. Das wird kaum im Englischen verboten. Ja, verzieht euch mal die anderen Typen. Haut bloß ab. Wie viel Leben magst du haben? Flugschiff manövrieren. Was? Die Entfernung zwischen dem Flugschiff und... Effri... 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 Kann man mit dem Extra-Befehl sich nähern und sich an Fähren verändern. Diese Befehle sind nur für Sif und Rico verfügbar. Warum auch immer. Nachdem der Befehl gegeben ist, bewegt sich das Schiff, wenn Sif am Zuge ist. Für Extra-Befehl kann... Ach... Der Extra-Befehl kann im selben Menü rückgängig gemacht werden, falls Sif es da in dem Zug noch nicht ausgeführt hat. Was bringt mir das? Würde ich gerne wissen. Ähm... Ach, das kann ich am Kampfheorischer Dach von wechseln. Nie gemacht. Ich habe gerade... Das ausgerüstet? Warum? Das ist... Also wegen Nässe-Schlag habe ich es ausgenommen. Okay. Weil man trotzdem nehmen war. Zack. Ist es gerade zugekostet oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, alles bei der Hälfte. Das ist ja eklig. Holt tief duft und dann zu hauchen. Ja, hauchen ist auch schön gesagt. Ha! Reterdiert. Äh. Was? Hass, Konter auf Reterd. Das ist ja doof. Das ist ja in der Tat doof. So. Bio-Fight sind wir bei dem dann, wenn er so immun gegen alles ist? Äh, nein. Das ist die Antwort. Das soll sich hauchen. Übrigens. Oh, ey. Ich tue es nicht. Ich hauche nicht. Ah, ne Mundgeruch. Moment. Achso, es hätte ich gerade so. Achso. Hab ich es gebracht, hä? Mist. Äh. Blitzka! Ich weiß nur, halt was. Egal. Egal. Es gab. 1009 ist okay. Geht müsste besser sein, aber es ist okay. Ähm. 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 Moment, 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 Moment. Hä? Moment hatte man. RB. Das war's. Okay, ich war irgendwie abbekommen vom Weg. Ich weiß auch nicht wieso. Ähm. Ja, Kraftbrich hat er schon. Das ist auch nochmal, weil ich weiß, dass er Magie ist, wenn man dann macht. Immun, okay, das geht nicht. Das ist wahrscheinlich sogar Magie. Ach, du Kacke. Das ist ja jetzt nicht so schön. Ich würde allbett benutzen, ich kann allbett nicht benutzen. Der ganze Gruppe, das ist ja gut. Mir fehlt ein bisschen Juna, wegen Heilmagie und so. Wenn man das schönste Ding ist, mir sagt, kurz vorher, ja, mach mal hier einen auf, einen auf, einen auf Heilung und so. Aber wie soll ich jetzt kommen, so spontan? Geht ja gar nicht. Hm. Ich könnte uns hassen oder eben verlangen sein, oder beides? Ich hab hasst jetzt gemacht. Daneben? Ach, Sauerei. Totale Sauerei. Ich tausche mal aus jetzt hier. Ähm, nehmen wir erstmal Kimari. Zumindest. Aha, ja. Dragonik wollte ich ja vor allem machen. Nick ist gelernt. Viel zu befürchten. Hast du noch Kraftbrecher drin? Ja. Hm. Guck mal den. Zack. Auch immun, na toll. Ist ja ein Spaß. Ah, ich bin tot. Scheiße. Ganz vergess, dass er dein Atem macht, wenn ich dann Schaden nehme ohne Ende. Aber ist gar nicht passiert. Okay. Extras sich entfernen. Ja. Okay, okay. Du darfst wieder was benutzen. Oh, warte kurz. Ähm. Nehmen wir mal Wacker rein. Der darf uns alle heilen. Äh, äh, äh. So. Ah, da kommt er gerade. Gerade rechtzeitig quasi. Autsch. Mein Erinn. Oh, du, ganz knapp. Das ist voll schlimm. Also wenn ich vorhin nicht so trainiert, wäre er jetzt sehr blieb an dem Tod gewesen eigentlich bald. Jetzt hier nur noch Ertreffen, wa? Flopp. Krass, hier weiter Ball fliegt. Autsch. Autsch. Ich sehe schon, ein Bagger ist tot. Andererseits. Nicht so dramatisch. Oh, ich muss das giftlos werden, aber ich komme ja gar nicht dazu, wenn man das heilen muss. Ah, ah, ah. Wo bleibt jetzt eigentlich der Schuss vom Luftschiff? Wissen wir, was passiert gerade? Was haben wir das jetzt gebracht? Würde ich gerne wissen. Gefühlt gar nichts. Au. Au, hab ich noch gesagt. Ach. So. War mal wieder nötig. Au, au, au. Sie ist auch gleich tot. Ähm. Du tauschst dich mal eben aus gegen Riku. Riku macht Klaue, Klaue. Oder warte. Kann sie hier. Albert, nein, auch nicht. Doch, doch. Ja, es hält Gift. So, meine ich. Also, okay. Mit Benützen. Äh, ich wollte euch. Ach, kann ich trotzdem noch gut. Bisschen nochmal dran. Geil. Ne, ist sie nicht. Ah, nicht auf das Hit. Doch nicht geil. Egal. Ah, 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 so. Dann kann ich Lule wieder ans Wort holen hier. Ein bisschen Zauber mit Geistbrecher. Passt doch. Ich glaube mal was. Oder was er nochmal ein Bett zu ziehen. Bevor, äh, nee, ist es ja. Bevor der wieder so ein Ding ist, macht gleich. Und ich bin tot, bin einfach so. So, äh, er war reicht angewiesen gerade sehr merkwürdig. Das ist der Boss noch verantworten eben. Das ist ja interessant. Ziel eine. Komo, der Boss macht Sachen, aber er macht irgendwie wusste, Pose reichert anzugreifen. Aber was soll das? Ich verstehe es nicht wirklich. Jetzt habe ich quasi einen einzigen Zug Zeit, dann ist der wieder dran. Komisch. So, aber jetzt hier mal Ausdruck, was ich habe. Feuer! Bum. Höh? Hat Geistbrecher nicht funktioniert? Ich habe es nicht für, es gibt nur einen Zug Zeit, weil er wieder ranfliegen muss, das ist alles. Wobei er es nicht mehr auch nicht gemacht hat, weil ich meine Toppen schaden theoretisch nur haue ich halt immer. Ah, was? Ach nee, Lulu. Oh, sie lebt noch, wieso ist das denn möglich? Das muss jetzt aber ganz dringend, äh, Gibt alles nix. Auf all Betten hier. Lalalalala. Ähnliches Giftbecker bei Auron. So. Kraftbrecher, Geistbrecher. Doch, er hat auf jeden Fall Geistbrecher drin. Gibt's doch gar nicht. Trotzdem hier, kein Schaden gemacht, ordentlich. Ach, hast auch Immungegen. Das war wohl nichts. Kamerad. Also ich hätte immer gern wissen, was mir das bringt, wenn ich mich jetzt verziehe. Außer ich den Zug verschwende eigentlich. So, nochmal benutzen. Hab ich schon mit Cloud? Nee, ne? Kommt ja nicht zu euch, wo es sich heilen muss eigentlich. Klauen. Messestein. Ah, toll. Nee, ja, Blitzka. Das ist schon mehr Schaden als 1008 gemacht, wenn ich der Meinung. Naja. Also gefühlt, ich war lieber hier gar nichts wegen dem hier. Obwohl es aktiv ist. So. Sich entfernen. Manu? Warte mal. Äh, willst du? Achso. Achso, Bastel würde mich denn zurücksetzen als... Dingens, okay. Ja. Äh, Entfernung. Ich weiß, lügt ihr nicht, was mir das bringen soll, aber ich mach's auch nochmal. Hä? Achso, ich hab euch angewiesen. Ah, Mist. Ekstase. Jawoll. So. Lange nicht gehabt, das Ding. Äh, verdammt. Y, B, A. Ah, ach, das ist Kacke. Mann, weil ich mich weiß, wo wer getastet ist bei den blöden Dingens hier. Äh. Gleich tot. Nur ein bisschen aushalten, Leute. Daneben, daneben. Ekstase, Ekstase. Blitz. Nochmal, ist gar. So, drehen, 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 drehen. Na, 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 na. Ah. Die erste Menge, ich hab' voll schnell, hab' ich gesehen. Zack, 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 was da. Alter, was speziell anders gemacht, kann das sein? Ich hab's ja nicht wirklich gemütlich, wenn ich hier so mein... Na, wie blöd rumdrehen, wenn ich keine Feinheiten. Mach' ich doch. Ah, Dreck. Ah, toll, jetzt ist mir nicht lebend, der Seve. Wollte gerade einwechseln, damit ich jedenfalls ein bisschen verlangsamt kann, den Gegnern, weil es auch dran kommt jetzt, aber... Das würde mir ja gar nichts bringen. Vielleicht tot ist danach. Hm. Hm. Mach' mal so. So, schlafi, blind. Tja, schlafen ist ein garantierlicher Typ. Auch stumm, glaub' ich, bringt bei dem nichts, aber... Ich versuch's mal mit... Schlaf einfach. Weil das ist ja erstaunlicherweise möglich. Nein. Hätte ja sein können. Tanz, mein Leben. Tanz. Und zwar in der Luft. Meine blind bringt er bei dem fast rein, weil er eh fast nie trifft. Und wenn, dann macht er keinen doll Stahl mit dem Dingens. Und der Hauch ist ja bestimmt... Ah, ich könnte tot sein. Auch nicht jetzt, bitte. Uiuiuiuiuiuiui. Wie liebert er noch? 3000. Riku! schnell heilen zu mir ist hier echt nicht gut gerade du musst das heilen eigentlich au kann ich gleich wieder heilen hier aber ist okay das war der Grund warum ich hier eingewechselt habe da bin ich das wieder bekämpft an diesem Blöds Giftzeug hier das ist ja schlimm so der ist immer noch auf Dingens auf Truggeräusche sagen ich kann den nicht einwechseln sinnvoll ich müsste Lulu austauschen gegen ihn damit das heilen hinkommt nervt mich weil ich den gerne ein bisschen retarden möchte aber das braucht er so nicht hin aber komm was soll es noch zu angeboten ist eh tot daher ich freue mich so dramatisch keep ihn Lulu mit Vasca hat man nicht die Runde Bom äh lebt er noch nein tja war ein bisschen anstrengender Kampf und ich nehme viel gegen geheile ja ja nein nicht den Saft die ist der Held auf Y-Lon drin naja nicht so ergiebig Schwarzphäroid schön mehr davon bitte hm hübsch ja sieht ein bisschen tot aus sieht ein bisschen aus wie Rico und wie Yuna mit der Frisur und wie Boah, bist du fett. Ui, Machina. T-Wilts Machina? Bin ich jetzt plemm, plemm? Oder was soll das gewesen sein? Aua. Ja, das wird springen, in die Ausung rein zu ballern. Äh, ja. Sieh mal, sieht echt nicht gut aus. Kann man dir helfen, irgendwie? Das Pacing ist ein bisschen komisch gemacht hier. Kann ich zurückgehen? Nee. Hallo Leute. Kampf Nummer 1. Ähm, hübsch seid ihr alle samt. Ich hätte mal gerne... Ah, er wurde gar nicht geheilt. Ist aber nicht so schön. Angriff. Dann warten wir ein bisschen, bis er rankommt, irgendwie. Au. Sie wurde erschossen. Auch und auch. Oh, die hat die große Bumme. Autsch. Pass auf, jetzt kommt hier mal Seefram. Und dann kann ich mich gleich heilen mit Dingens. Ja, sag mal nicht so. See-Typ. Aber kann ich gemacht, da auf alle machen, ja, ne? Zack. Bisschen Zeitspenden hier. Bisschen Leben heilen. Bisschen Schaden austeilen. Und weg mit dir. Und nochmal heilen. Ich hab ja nur Zeit gerade. Schade, dass hier Bad Bezin nicht auch noch nebenbei MP heilt. Ist ja super geil. Aber nein. Man kann nicht alles haben, ha? Bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017